Erstmal wieder hier ein bisschen die Aufmerksamkeit auf uns ziehen, ne? Aufstehen wollte ich. Ach, komm schon. Oh, ins Knie geschossen. Nochmal. Aua, das tut weh. Ach, jetzt komm schon. Ganz ehrlich, sein Bein hab ich ihm schon fast abgetrennt hier. Ja, ich bin außer Sicht. Gute Einstellung. Wow, geil mit dem Gepiepe. Ach, komm schon. Jetzt komm endlich raus, du kleine Kacklaus. Ach, scheiß drauf, ey. Zack. Da war's um ihn geschehen. Ach ja. Kann man hier durch? Natürlich nicht. Kann ich da wohl hoch? Ob ich da wohl hier an die Leiter ran kann? Wär ja mal geil. Ne, war ja klar. Schade. Hat der andere nicht mal mitbekommen, so richtig. Ne, ich warte lieber noch. Kurz wieder aufladen. So, da geht er gerade lang. Ich versuch gleich mal hinter ihn zu kommen. Naja. Ich bin's. Scheiße, da kann ich nicht wirklich was erkennen. Was kann man hier unten machen? Nice. Jetzt kann ich mal eben auf die... Oh, cool. Na, ist natürlich super, dass ich hier unten drin bin. Das kann ich benutzen. Auch nicht schlecht. Haha. Den da hatte ich noch nicht. Der muss sterben als er... Oder die beiden eigentlich. So. In aller Ruhe mach ich das. Oh, verdammt. Der ist am Geschütz da dran, ne? Uncool. Stirb! Sehr gut. Oh, was war denn das für ein Pussywurf, ey? Na los, komm raus. Oh ja, jetzt fahre ich eine Runde. Juhu! Oh. Bam! Haben wir den gleich mitgenommen hier. Schießen kann ich natürlich nicht. Das ging im ersten Teil noch. So, komm, den erwische ich jetzt so. Ah, rückwärts einparken. Nicht gerade meine Stärke. Wie kann ich da jetzt aussteigen so? Ja, dass ich schnell aussteigen kann, hast du wohl nicht gedacht, was? Ach ja, ach ja. So. Wollen wir mal sehen. Den Granaten, Raketenwerfer, die Feline haben wir ja noch. Haben wir denn dafür irgendwie einen neuen Mod? Nein, haben wir natürlich nicht. Gut, dann würde... Was habe ich denn da markiert? Bemann. Achso, das Geschütz. Dann würde ich mal sagen, weiter in Richtung Zielpunkt, ne? Können wir auch hier lang? Dann gehe ich mal hier lang. Ach, da hätte ich auch über die Schienen einfach über... Folgen Sie einfach dem FDR, bis Sie zum Harbour Lightspeer kommen. Gehen können. Folgen dem FDR, wenn wir kommen. Das fand ich richtig geil. Da haben sich sogar die Räder gedreht, richtig. Hier ist Raum 15. Näher uns Koordinaten. Delta 7, 9. Kein Zeichen von Raum 14. Wir sich in das Gebiet aus melden uns wieder. Tarnfeld aktiviert. Boom. Erstmal ein paar Granaten gespammt hier. Tarnfeld aktiviert. So, der ist Geschichte. Oh, voll in den Arm geschossen. Die ist eigentlich sogar relativ genau, ne? Die Waffe. Soll ja eigentlich ungenauer sein. Ja, da ist es. Hallo, hinhocken! Wieso hockt der sich nicht hin? Meine Fresse nochmal. Nerv. Aufreibend ist das hier aber mitunter. So. Die sind alle Geschichte. Dann hole ich mir nochmal Munition. Scheiße. Dann hole ich mir keine Munition. Mache hier so einen geilen Jump. Komm, eine Pistole. Fernkampf. Ah, warte mal. Theoretisch. Sollte ich jetzt. Genau. Das geile Fernkampfvisier haben hier. Das, äh, naja. Gefällt mir aber eher. Minder, sag ich mal, ne? Ups. Wieso, wieso kann ich da jetzt kein... Dings drauf machen? Da geht's jetzt wieder. Okay, keine Ahnung. Egal. Ich immer mit meinem Escape hier, ne? Juhu. Und nochmal, weil es so schön war. Oh, ja. Hier dran erinnere ich mich sogar noch. Hier ist Azur 1. Die sind wieder tief. Ziel ist zu Fuß. Nordöstlich entlang des FDR unterwegs. Koordinaten, äh, Delta 7, 9. Können Sie ihn abfangen? Hier ist Brown, die von dem Handbrauch. Wir sind an ihm dran. Markieren. Brown 7, hier ist Tara Strickland auf Oversight. Unser Einsatzziel ist fangen und verhören. Tötungsbefehl ist bis auf weiteres ausgesetzt. Bestätigen Sie diese Anweisung. Scheiß Krach. Der Dreckskerl hat die halbe Kobalt-Sektion erledigt. Er tut hier und jetzt. Nee. Das sehe ich anders. Ich habe keinen Bock hier jetzt zu sterben. Ganz kurzer Blick. 600. Ach, Escape. Ja. 600 habe ich. Joa, passt, ne? Oh, lief doch ganz passend. Oh Gott. Alter, wie schlecht das war. Ja, ich habe so meine Momente, die einfach nur scheiße sind. Wo ich einfach nur scheiße bin. Oh, was hatten wir denn hier? Schönes. So. Schauen wir doch gerade mal kurz. Reflexvisier. Hauen wir doch glatt mal drauf. Ach, hatten wir doch vorher schon. Tarnfeld aktiviert. Na? Daraus wird nichts. War das eine Schrotflinte oder ein Scharfschützengewehr? Der hat sich nämlich angehört wie ein Scharfschützengewehr eigentlich. Mag aber auch eine Schrotflinte gewesen sein. Wo ist denn da noch einer? Sind doch alle tot hier. Ich weiß gar nicht, was der hat hier. So. Was ist hier? Da ist doch bestimmt Muni drin. Jawohl, ja. Wusste ich es doch. Sehr gut. Würde ich mal sagen. Weiter mit den FDR. Ich möchte wissen, was das heißt. F vielleicht für Freeway. Ach, egal. Keine Ahnung. Alter Schwede. Ja, New York geht gerade derzeit ein bisschen zur Hölle. Los, los, los. Alter Schwede. So viel zum FDR. FDR. Alter Schwede. Die ganze Stadt geht hier quasi zur Hölle. Tektonische Verschiebung heißt das nächste Level. Oder der nächste Abschnitt. Oh. Hey, coole Landung. Ah, genau. Feinde können hier einen fast gar nicht sehen. Er geht den eingestürzten Freeway runter. Verstanden? Bromfest ist immer noch in Richtung Norden auf dem FDR unterwegs. Hier eine Menge Rauch und Stockdome. Vorsicht hier jetzt. Ja, Nanovision zieht hier auch ein bisschen Strom. Hätte ich fast vergessen. Gut, keine Feinde derzeit in der Nähe. Dann kann ich hier kurz... Da ist der nächste. Ups. Vor Ihnen befindet sich ein Fellkontrollpunkt. Da müssen Sie irgendwie durch. Oh. So. Ein Fahrzeug beschaffen? Gerne doch. So, dann schauen wir uns doch gleich hier nochmal ein bisschen um. Da hinten ist noch einer. Ah, der ist schon tot. Sehr gut. Ich finde das richtig geil gemacht hier. Sieht schick aus. So, was haben wir hier? Oh, Nova. Da nehmen wir doch... Lad mal die mit. Und tauschen auch direkt wieder zurück. Weil dann haben wir hier... Genau, Schalldämper von der Pistole schrauben wir dann da nämlich drauf. Jetzt haben wir dafür auch einen geilen Schalldämper. Oh, nee, nee, nee. B wollte ich nicht. Ich wollte C und... Dem eine dicke Ladung geben. Also, Fly meine ich damit, ne? Alter. Taktische Optionen an der Vision aktiviert. Hoffentlich kann ich den da auch abknallen. Kann ich natürlich nicht. Ah, ihr habt noch nicht getroffen. Naja. Getroffen? Nein. Dann wird aktiviert. Ja, Mann, ich hab dir grad... ...ne Kugel in den Kopf geschossen. Ah, kipp um. So sieht's aus. Komme ich natürlich nicht hoch. Schade. Wär cool gewesen. Fernkampf hab ich schon. Was haben wir denn hier für eines? Oh, nichts. Naja. So. Dann wird aktiviert. Durchfrohung. Profit ist durchgebrochen. Kontrollpunkt Eco9. Wer ist in der Kanalisation? Ich widersche. Profit ist in der Kanalisation. Erlenigt ihn. Scheiße, Mann. Was hab ich denn gerade hier? Ich muss mir die ganze Zeit rauspannen. Dann wird aktiviert. Und cool. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Ja, ist ja gut. Ich hab hier grad meinen Spaß. Stör mich nicht. Wir brauchen Verstärkung bei Kontrollpunkt Eco9. Und tschüss. Verstärkung ist unterwegs. Okay, der direkte Weg ist hier, glaube ich, nicht so gut. Versuchen wir es mal wieder hinten rum, ne? Tarnfeld aktiviert. So. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld an. Oh ja. Ups. Alter. Alter. Scheiße war das.